Eine Woche Hannover. Frag lieber nicht. Naja, manchmal muss es halt Stadt sein. Graue, graue Großstadt. Und jetzt rate mal, wo wir übernachtet haben. Jugendherberge, da kommt echt keiner drauf. War deshalb auch ein bisschen einsam da. Stimmt, weit und breit, kein Mensch zu sehen. Und dann wolltest du auch noch Kultur. Ich dachte eben, das wäre vielleicht interessant. Okay, Natur war da, Kultur war da, aber wo war die Stadt? Ja, wo war die Stadt? Ob wir da noch mal hinwollen? Schon gebucht. Jugendherberge Hannover. Alles drin, noch mehr draußen. Untertitelung des ZDF, 2020